Emo Productions und GetScene präsentieren Electronic Motion TV Und hier kommt die EM Web TV Rock Edition Hallo wir sind Contrast und wir sind hier im Null-Event und ihr seht die EM Web TV Rock Edition Hallo, wir sind Humild heute aus Eberswag Unser Musikstell ist geradliniger Rock und in die Punk-Rock-Richtung hinein My mind is blank, the eyes are cold It's still late, my soul is cold Mir schmeißt so ein bisschen melodischer Rock Is the ring to the rest? Oh yeah, super Stimmung Hey, wir sind Dialekts! Wir machen englische Rockmusik und singen dazu auf Imfettl am Unboard. Die ganze Zeit reist dumm und schafft nicht, liegst du nicht rechts. Und was da neben dir passiert, interessiert dich ein Trick. Deine Sorgen schwelzen weg, weg wie der Schnee, du hast ein Leben lang eine Ruhe. Wir haben einfach das Wort Dialekt genommen und auf Englisch geschrieben. Aus geht's! Wir mischen eben sehr viele Stile, weil wir uns einfach auf nichts einigen können, glaube ich. Wir machen einfach das, was uns Spaß macht. Wir mögen auch diesen direkten Kontakt, den wir uns durch die Jahre aufgebaut haben zu den vielen unterschiedlichen Veranstaltern und auch Festeln und Festivals. Sie sind viel mehr wert, als sie... Hey! 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 Ja, das klingt ja schon nach Hausruck. So tell me why, tell me why, why I'm feeling free if I'm here on the dance floor, on the dance floor. Es war sehr nass. Und deswegen freut es uns umso mehr, dass die Leute so abgegangen sind. Hey, wir sind Supervisioner aus Saiger Hans. Unser Sound ist eine Mischung aus Star Punk. Wir wärmen uns jetzt schon ein bisschen auf für das U-Event in Eberschwank. Hier schaut's vorbei vom 19. bis 21. Juli in Eberschwank. U-Event. Wie wir heute am U-Event Prelude gesehen haben, geht's einfach voll weg ab. Beste Welt pur. Untertitelung des ZDF, 2020